Hier unten rechts an dem runden Ding die Wiedergabegeschwindigkeit auf schneller stellen, weil ich so langsam rede. Hier unten irgendwo ist das. Ja, es erwartet Sie heute ganz Spannendes. Es geht jetzt langsam, der Bundestagswahlkampf beginnt sozusagen. Die neue Volkspartei, die neue große kommende Volkspartei meldet sich immer mehr zu Wort. Und zwar, ja, deswegen natürlich auch immer unser Aufruf als außenstehende Berater, externe Berater, externe Experten. Wählt wir 2020 Bodo Schiffmann plus neue Reformen. Ich habe jetzt mal weggelassen die Formulierung Next Scientist for Future, denn lassen wir uns doch diskutieren. Wir sind doch offen. Wir scheuen keinerlei andere Berater und Experten. Frau Eva Rosen spricht ja an, dass es auch darum geht, dass die Partei immer wieder auch von Experten beraten wird. Wobei, wie gesagt, Vorsicht, viele Experten sind Experten dafür, vorteilbringende Irrtümer zu verbreiten, die dann zum Profit für sich selber oder für ihre Zunft führen. Also Vorsicht, Experten sind immer auch gefährlich, wenn sie nicht so absolut neutrale Experten sind wie der Weltrat und die Next Scientist for Future. Also Vorsicht, aber im Prinzip ist es ja schon richtig, denn wenn man auch die Next Scientist for Future immer dazu zieht, kann man ja auch immer wieder gesagt bekommen, warum andere Experten problematisch sind, weil sie bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben und deswegen dann die Partei letztendlich in die Irre führen würden. Aber eben sozusagen, es erwarten uns also, Frau Eva Rosen hat also zwei große Themen angesprochen, also sozusagen Bevölkerungskontrolle einmal und dann Demokratiereform, also neues Demokratiesystem. Und da sind viele interessante Dinge, die auch so ungefähr in die Richtung von den Next Scientist for Future gehen, besonders beim Demokratienreform. Also das wird ganz spannend gleich. Und ja, dann werden wir nochmal erwähnen, wie muss diese neue Partei stehen zur AfD, zu Markus Krall, zu Thilo Sarrazin, zu Ulrich Kutschera, zur Gemeinwohlökonomie und so weiter. Darf man mit AfD oder Markus Krall überhaupt sprechen und so weiter? Das wird nochmal Thema sein. Aber sozusagen, ja, seien Sie gespannt. Also nochmal übrigens unser Sloganvorschlag, den haben wir uns jetzt zu eigen gemacht. Sozusagen unser Sloganvorschlag für die Partei Wir 2020. Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD und der linken Teile von CDU, FDP. Keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Das ist also nochmal so unser Sloganvorschlag an die Partei. Okay. Und dann wollte ich direkt vorlesen hier bei der Homepage. Der Next Scientist for Future hat sich was gekennzeichnet. Vielleicht muss ich noch kurz vorher erwähnen. Also die Gemeinwohlökonomie sollte man noch hinzuziehen. Ja, also ich gehe nochmal auf dieses Bild hier. Augenblick, bevor ich die Homepage vorlese, gehe ich mal hier hin. Also noch einmal dieses Bild ist zwar nicht schön, aber selten. Hier haben wir also sozusagen noch einmal diese Skala. Und dann ist auch klar, womit die Partei reden sollte und womit sie leider in Deutschland nicht reden darf. Im Ausland können ja die entsprechenden Ideen hochkommen. Aber nochmal kurz. Also wir haben hier die verfassungsfeindliche Linke. Die ist für uns natürlich ziemlich uninteressant, weil da geht es um Herstellung von Pseudokommunismus, Pseudosozialismus durch diktatorische Revolutionen. Und da geht es um Pseudoplanwirtschaft nach dem Vorbild Sowjetunion und DDR. Und das will hoffentlich kein vernünftiger Mensch, diesen Unfug nochmal. Also die verfassungsfeindliche Linke. Dann kommt jetzt so langsam hier die verträumte Linke. Und mit denen dürfen wir alle reden, weil die sind alle nicht gewaltbereit. Die sind alle friedlich. Die verträumte Linke hat ein breites Spektrum. Ja, die Gemeinwohlökonomie, Bürgerparlamentevorstellungen. Die Parteilösungen.jetzt heißt, glaube ich, die Homepage. Lösungen.jetzt. Also Economy for Mankind, also Wirtschaft für die Menschheit. Ja, ich habe ja gestern über Herrn Jörg Gastmann gesprochen, mit dem ich gestern dann 80 Minuten telefoniert habe, mal wieder. Mit dem haben wir ja schon zwei Sendungen gemacht und so weiter. Ja, das sind die Leute, mit denen man reden darf und sollte, weil die gehören zu etwas verträumten Linken, aber ohne in irgendeiner Weise problematisch zu sein, da sind ein paar verträumte Vorstellungen. Da kommen wir dann auch dazu, dass die natürlich nicht ausreichen, um 56 Prozent bei den Bundestagswahlen zu erziehen oder jetzt im ersten Anlauf wenigstens 20 Prozent, was ja unser Ziel wäre im ersten Anlauf. Also nochmal die Formel sozusagen, wir 2020 mit den zum Beispiel den 20 Reformen der Next Scientist for Future und vielleicht noch inspiriert durch die Gemeinwohlökonomie, durch andere Gruppierungen der verträumten Linken sozusagen und sozusagen und dann eben bei der Bundestagswahl, also erstmal im Internetfernsehen 20 Millionen Klicks, da müssen alle Promis des Internetfernsehens mitziehen sozusagen und dann 20 Prozent bei der Bundestagswahl. Fällt eines dieser Elemente aus, dann gibt es gar nichts mit der Partei. Also Promis müssen so viel wie möglich sich einschalten und mitwirken, sonst geht gar nichts, und zwar Internetfernsehen-Promis, weil die anderen werden es kaum tun. So, und dann hier finden wir also die vernünftige, bodenständige, realistische, evolutionsbiologische Linke. Das sind zum Beispiel die Next Scientist for Future vom Weltrat, kann auch andere geben, ja. Also wir haben noch keine kennengelernt von dieser Überkategorie, vernünftige, realistische, bodenständige, evolutionsbiologische Linke, haben wir sonst außer dem Weltrat noch nichts anderes gesehen. Aber vielleicht gibt es ja, und die kommen dann aus der, wie sagt man, heraus, ja. Und dann ist hier leider der Rubikon, denn in Deutschland haben wir eine Sondersituation. In jedem Land der Welt kann jeder auch mit Rechten sprechen. Und dann können ja auch die Ideen im Ausland hochkommen, und dann kann man sie ja von Deutschland aus, aus dem Ausland, wenn sie dann hochkommen in der Gesellschaft, auch aus dem Ausland übernehmen. Wir verlieren also nichts, wenn wir mit Rechten grundsätzlich nicht sprechen, ja. Wir verlieren nichts, denn über das Ausland, wenn dann doch ausnahmsweise mal eine gute Idee aus dem Ausland kommt, ja, weil er aus dem rechten Bereich durchaus auch intelligente Menschen ist. Man sieht es ja hier auch im rechten Bereich gibt es intelligente Menschen, und wenn wir mit denen nicht reden, dann ist es ja sozusagen so, es gibt ja zumindest ein paar, mit denen wir reden dürfen. Hier zum Beispiel die, die in der CDU, so die Leute leicht rechts von der Mitte und so weiter, mit der und der FDP, mit denen dürfen wir ja schon reden, ja. Die Grenze ist dann hier sozusagen die Werteunion. Das beginnt sozusagen mit noch einigermaßen vernünftigen Leuten, wie, ich glaube, der frühere Verfassungsschutzpräsident von Maaßen, oder Maaßen, wie er heißt, glaube ich. Und dann geht es weiter eben so mit weiteren Leuten, mit der Werteunion, aber das ist eigentlich auch schon, mit denen sollte man schon nicht mehr sprechen allen, weil das wird dann schon wieder zu AfD nah, dann kommt danach die AfD und die geht so überlappend in den braunen Bereich und dann nähert es sich auch sehr schnell dem verfassungsfeindlichen Rechten sozusagen, ja. Und mit all denen hier, also allerhöchstens bis hierhin, also bis Beginn Werteunion dürfen wir sprechen hier, aber dann ist Schluss, ja, weil dann sozusagen, dann müssen hier, wenn hier doch mal eine gute Idee auftauchen sollte, hier in diesem Bereich, dann muss die bitte schön übers Ausland kommen und dann können wir die vom Ausland übernehmen. Wir verlieren also, wir verlieren vielleicht ein bisschen Zeit, aber das ist halt die besondere deutsche Situation, wegen der besonderen historischen Schuld dürfen wir also ab hier sozusagen hier mit der, mit rechten Grundsätzlich nicht sprechen, weil sonst ein Automatismus geschieht. Alle großen Medien werden sagen, das sind Rechte, weil sie auch mit Rechten sprechen, ne. Und davor muss sich die Partei schützen, ist unser Tipp an die Partei, ja. Und, ähm, äh, und übrigens alles, was diese Leute hier können, sowieso das, was daran gut oder wahr ist, versteht die vernünftige, bodenständige, realistische, evolutionsbiologische Linke noch viel besser als diese Leute und alles, was falsch ist an dem Rechten, das Deutschtümeln, das Drumtümeln von der deutschen Kultur und all diese nationalistisch-rassistisch-angehauchten Dinge, die braucht kein Mensch, ja. Die sind sowieso Ruinés, die führen am Ende nur wieder in irgend so einen Wahnsinn, so einen Hitler-Wahnsinn oder sowas, ja. Also, äh, das heißt, äh, also es wäre höchstens, wenn hier mal was Neues käme, dann kommt das übers Ausland, dann auch zu den Next Scientists for Future und dann kann man es immer noch aufgreifen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass hier was wirklich Gutes kommt, denn die Leute sind dann auch nicht mehr intelligent genug, ja. Und mit denen reden wir ja sowieso noch, das sind die Teile der CDU rechts von dem, und FDP rechts von der Mitte der CDU, aber noch vor der Werteunion, ja. Aber ab Werteunion, ab von Maaßen und so weiter, ab Sarrazin, Kutschera und so weiter, muss absolut Schluss sein, ja. Mit denen redet man nicht. Das leider, weil Deutschland diese Sondersituation, die historische Sondersituation hat. Und das, ich hoffe, ist es jedem klar, hier geht es um die Intelligenz-Normalverteilung. Wir haben hier die wenig klugen Menschen, dann haben wir durchschnittlich viele, durchschnittlich kluge Menschen, also sehr viele durchschnittlich kluge Menschen und sehr, sehr wenig richtig kluge Menschen. Und das wird uns ja auch gleich als Frage beschäftigen, wollen wir regiert werden von sehr klugen Menschen oder wollen wir profitieren von den Ideen der sehr klugen Experten, der unabhängigen, neutralen und sehr klugen Experten. Vorsicht, Experten sind ein zweischneidiges Schwert, können auch gefährlich sein. Sieht man ja an Drosten, Wieler und Lauterbach, wie gefährlich Experten sein können. Das sollte man jetzt ja bei Corona begriffen haben, die Gefährlichkeit von Experten. Wenn die vorteilbringende Irrtümer im Kopf tragen, vorteilbringende Gefährlichkeits-Überschätzungs-Irrtümer im Kopf tragen. Also, so, dann gehen wir doch jetzt mal wieder drauf ein. Ach so, ich muss ja noch verlesen hier. Also, der neueste Text in der Homepage der Next Scientist for Future und vom Weltrat ist so wichtig, dass man das nochmal sich klar macht. Das unten stehende Kooperationsangebot an Fridays for Future ist wegen der Verhandlungen mit einer politischen Partei bis auf weiteres nicht mehr gültig. Ach so, übrigens, die nächsten Verhandlungen sind für nächstes Wochenende angesetzt. Ja, das sind dann die dritten Verhandlungen mit dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020. Und da geht es dann, ja, vielleicht sind dann auch so jemand von der Parteilösungen jetzt oder auch von Economy for Mankind, also Wirtschaft für die Menschheit mit dabei, der Herr Gastmann vielleicht dabei oder auch vielleicht jemand von der Gemeinwohlökonomie oder vom Thema Bürgerparlamente, Bürgerräte, Bürgerversammlungen sozusagen, ja, Volksentscheide. Denn, wie gesagt, dann können nämlich die Next Scientist for Future ganz klar sagen, wo da die Nachteile und Vorteile liegen. Ja, also, das ist so, ist ja alles der Bereich der sogenannten etwas verträumten Linken, dass solche Träume sind ja, haben ja durchaus einen wahren Kern, aber dann geht es darum, dass dann eben auch die vernünftige, realistische, bodenständige, evolutionsbiologische Linke sagt, warum das suboptimal ist, diese Vorschläge suboptimal sind. Die sind nicht, die sind besser als das alte, aber will ich wirklich, jetzt, wenn wir schon einen Umbau des Staates machen, wollen wir dann wirklich etwas bessere Vorschläge, die allerdings suboptimal sind oder wollen wir gleich die bestmöglichen, zum Beispiel das Vorwahlensystem der Next Scientist for Future oder das Wohlfühlstimmen Politiksystemen der Next Scientist for Future, die so in den Bereich der optimalen Systeme, Demokratiesysteme gehören. Ja gut, also bis auf weiteres nicht mehr gültig, das war ja alt und jetzt kommt der neue Satz, zudem haben sich Scientists for Future und Fridays for Future für die Next Scientist for Future die vernünftige, realistische, bodenständige, evolutionsbiologische Linke als zu weit rechtsstehend erwiesen, als Erhalter des bösartigen Raubtierkapitalismus, bei denen sich das Gerede vom Systemchange, also vom Systemwandel, als reines Lippenbekenntnis erwiesen hat. Also das nochmal ganz deutlich zu sagen hier, die Next Scientist for Future. Es gibt viele Leute, die denken, ich habe das gestern am Beispiel gemacht, dass Gewerkschaftler, die leben in der Illusion, sie wären irgendwie links, in Wirklichkeit sind sie rechts, weil sie Menschen ausschließen von der Arbeit zum Beispiel, von der Welt der Arbeit, mit ihren Tariflöhnen oder Mindestlöhnen. Auch viele Leute denken, dass das wäre für ein hohes Hartz-Vier oder für ein riesiges, bedingungsloses Grundeinkommen ist, dass der links sei. Nein, solche Leute sind leicht rechts, weil das bedeutet nämlich, dass ein zu hohes Hartz-Vier oder ein hohes, bedingungsloses Grundeinkommen sind auch Mittel, um Leute in dem Abseits der Gesellschaft, in der Ausgegrenztheit, in der Verwahrlosung der Arbeitslosigkeit festzuhalten. Die Next Scientist for Future machen die Arbeitsamtreform so, dass die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und deswegen dann die Arbeitsamtmitarbeiter aufgrund der positiven Anreize, die gesetzt werden, sozusagen alles dafür tun, dass Arbeitslosigkeit in wenigen Monaten endgültig der Geschichte angehört. Und es sind eben die vorteilbringenden Irrtümer, die in der Verwaltung der Verwahrlosung der Ausgegrenzten, der Ausgegrenzten Arbeitslosen, der Kriminellen, der Drogensüchtigen und der Sozialschwachen und so weiter, diese Leute brauchen natürlich Kunden und wenn dann ein Irrtum auftaucht, der die Zahl dieser potenziellen Kunden vergrößert, dann erweist er sich als vorteilbringender Irrtum und dann führt das zu der Belohnung, dass es bessere Karrieremöglichkeiten und höhere Gehälter gibt für alle sogenannten Sozialberufler oder auch Arbeitsamtberufler und so weiter, die dann also von der Verwahrlosung von Teilen der Gesellschaft und der Verehlendung von Teilen der Gesellschaft in der Arbeitslosigkeit, in der Kriminalität, in der Sucht und so weiter als Abgehängte sozusagen und dann bereichert. Es kann aber auch die Migrations, können ja auch Sozialberufe in dem Migrationsbereich sein, die auch an dieser Verehlendung sich gut Karriere machen sozusagen oder gut daran verdienen und so weiter. Und die haben natürlich dann mit der Zeit evoluieren sich da überall vorteilbringende Irrtümer, die dann dazu führen, dass diese Berufsstände, die das Elend verwalten, das soziale Elend verwalten, aber nicht lösen, sozusagen. Es gibt ja so einen Spruch, gute Sozialarbeit sollte sich überflüssig machen, aber das Problem ist leider, dass im jetzigen Anreizsystem der, der sich überflüssig macht, der verliert leider dann auch seinen Job und seinen Gehalt und das will ja kein vernünftiger Mensch. Also darf man sich eben nicht überflüssig machen, sondern muss sich unentbehrlich machen und dafür muss man quasi Not schaffen, so wie in der Medizin, sozusagen man sich auch unentbehrlich macht, indem man erst Krankheit fördert und dann daran ein gutes Gehalt bezieht, sozusagen. Weswegen ja unser Gesundheitssystem, Gesundheitssystem ein, unser Gesundheitswesen ein Krankmachwesen ist, ein Krankmachunwesen ist und Krankhalteunwesen ist, weil nur so richtig Geld verdient werden kann. Diese vorteilbringenden Irrtümer müssen alle, die dazu beitragen, müssen alle zum Aussterben gebracht werden durch positive Anreize. Das habe ich ja schon tausendmal gezeigt. Also hier diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer, die sind die vorteilbringenden Irrtümer, die Irrtümer, das ist ein Irrtumsträger, und diese müssen wir aussterben lassen, indem wir positive Anreize setzen, sodass dann sich die Wahrheiten durchsetzen in der Evolution unserer Gesellschaft, innerhalb weniger Wochen sich die Wahrheiten durchsetzen und all diese vorteilbringenden Irrtümer ruckzuck aussterben. Und die früher vorteilbringenden Irrtümer, die wir dann durch die positiven Anreize sozusagen in den Status von nachteilbringenden Irrtümern ersetzen, die dann hier dem Aussterben anheimfallen. Das dauert dann nur wenige Generationen, bis die endgültig weg sind, die früher vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und ja, dann gehen wir doch mal weiter jetzt. Also, bitte, schönes Tagesbildchen wieder. Also, den Homepage-Text haben wir verlesen. Dann habe ich, ach so, übrigens, ich muss noch was einführen, eine neue Kategorie. Also, Sie merken, Sie sind hier bei diesen Sendungen immer auch in der Schmiede neuer Ideen für die Next Scientists for Future für den Weltrat. Und zum Beispiel hier, wenn wir hier links und rechtsradikal sehen, dann haben die ja sehr viel miteinander zu tun. Ich habe es ja schon gesagt, sie sind alle verschwörungstheoretisch, also, man könnte sagen, die verschwörungstheoretische, verfassungsfeindliche, Linke und Rechte. Und die haben ganz viel gemeinsam, nämlich für die gibt es die bösen Reichen, die bösen jüdischen Reichen als Feindbilder, gegen die man Gewalt ausübt und die man, ja, und so weiter. und wo man dann gewalttätig wird, ja, und randaliert und alles Mögliche macht und Leute ermordet und so weiter. Und dazu gehört auch, dass diese natürlich sehr wenig intelligent sind, sonst wären sie für solche primitiven Konzepte ja auch nicht anfällig, ja. Und also hier von wegen Intelligenz, IQ sehr gering, ja. und da ist dann eben, da kann man sagen, das ist auch die Welt der Flacherdler und der Kreationisten, ja. Also wir haben hier die Kurve, also wir haben hier die unintelligenteren Menschen der Welt tendieren zum Flacherdler sein, also dass die an eine flache Erde glauben und dann auch, übrigens ein interessanter Gedanke, wenn die Erde eine Scheibe wäre, also dann wäre sie ja hier so eine Scheibe, aber damit sie genügend Anziehungskraft erzeugt, müsste diese Scheibe ja sehr dick sein, also sehr, sehr, sehr dick sein und so eine Scheibe, warum sollte die in irgendeiner Weise ründlich sein oder kugelartig dieser Unterbau der Scheibe, sondern die Scheibe, das wird eher eine dicke Platte sein, ja. Und jetzt passen Sie auf, wie, was passiert jetzt nach dem Gravitationsgesetz, was natürlich auch die Flacherdler wahrscheinlich leugnen würden, wenn Sie hier jetzt am Rande stehen, dann ist ja die Anziehungskraft, der Massenmittelpunkt dieser ganzen Platte liegt ja hier dann. Das ist ja der Massenmittelpunkt und alles wird ja in Richtung dieser Masse gezogen. Dann müssten ja die Menschen auf dieser flachen Platte sozusagen, müsste ja sozusagen, ja, die Menschen müssten ja eigentlich so stehen, sonst würden sie ja umfallen, ja. Denn die Massen, der Massenanziehungspunkt, also man merkt, also ich will damit nur sagen, es ist ja völlig absurd, diese Idee einer flachen, plattenartigen Erdscheibe, das kann, also das ist da, das ist so unvernünftig, naja gut. Aber ich will sagen, also diese Leute hier sind natürlich so wenig intelligent, dass sie solche Widersprüche nicht merken und dann anfällig sind für Flacherdlertum und Kreationismus. Kreationismus heißt also Ablehnung von Wallace und Darwin und der modernen Evolutionsbiologie und deswegen hier und nur die Höchstintelligenten gehören eben hier zur evolutionsbiologischen, also vernünftigen, bodenständigen, realistischen, evolutionsbiologischen Linken und wie gesagt, wir haben hier zwar auch eine Art unrealistische evolutionsbiologische Rechte, aber da habe ich ja eben gesagt, dürfen wir leider nicht mitreden, obwohl die immerhin so gut sind, dass sie sozusagen ja, Sarrazin und Kutschera gehören ja zur evolutionsbiologischen Rechten sozusagen und aber wie gesagt, mit solchen Leuten dürfen wir nicht sprechen, die dürfen uns nicht interessieren, weil es alles, was die an evolutionsbiologischer Kenntnis haben, können sowieso die hier besser als die, ne, also und dann können wir uns ja auch von der dem leicht schwarzbraunen, schwarzbraunen ist die Haselnuss, also von diesem schwarzbraunen, äh, äh, ja, äh, Unsinn, der da noch mitspielt, können wir uns ja dann, können wir uns ja fernhalten, ne, brauchen wir ja, brauchen wir ja nicht, ist ja überflüssig, ja, wie ein Kropf, ne, so und jetzt gehen wir doch mal ein auf Eva Rusen, also nochmal hier, äh, übrigens, äh, es soll ja, ich, ich will jetzt nichts Falsches tun, ne, ich weiß ja gar nicht, zu welcher Partei Eva Rosen gehört, ne, oder Vize-Bundesvorsitzende ist, ja, äh, denn es soll doch irgendwie zwei Parteien geben oder zwei verschiedene Gruppierungen, in der einen steht ja vom Impressum her Bodo Schiffmann, ich weiß jetzt nicht, ob Eva Rosen zu der mit Impressum Bodo Schiffmann gehört, oder ob Eva Rosen zu der anderen gehört, wo ein anderer Name im Impressum steht, äh, also scheinbar beanspruchen zwei, äh, Personen, sozusagen, das Impressumsrecht auf, auf eine Partei, wir 2020, deren Homepages auch leicht unterschiedlich im Namen sind, die eine hat, glaube ich, ein DE am Ende und die anderen EU am Ende und zu welcher Eva Rosen gehört, weiß ich ja nicht, aber das spielt auch keine Rolle, es geht ja um die Argumente und die Ideen, ne, so und jetzt gehen wir doch mal darauf ein, also Demokratiereform, Eva Rosens Ideen versuche ich mal zu erfassen, die Partei wird quasi verstanden als eine Art Bürgerparlament, als einem Bürgerrat, eine Bürgerversammlung, wobei man sich natürlich klar sein muss, natürlich die Partei ist dann keine repräsentative Bürgerstichprobe, sondern eine selektive oder eine selektierte Bürgerstichprobe, eben mit bestimmten Meinungen, die vorherrschen, ja, und dann ist das so, dass also sozusagen die Frage sich jetzt stellt, also das Gute an dem System ist ja jetzt Augenblick, wo ist es, das Gute daran ist, dass zum Beispiel, wenn es dann so gemacht werde, das ist ja fast schon, kann man ja schon mit der Sprache auch der Next Scientist fassen, dass dann quasi Verdienstzuschüsse für die Abgeordneten zukünftig gemacht werden, abhängig gemacht werden von diesen Mitgliederparlamenten, denn die bestehen ja dann darauf, dass die Abgeordneten im Sinne der Beschlüsse dieses Mitgliederparlaments abstimmen müssen und sich von nichts anderem beeinflussen lassen, wenn also dann irgendwie aufkommt, dass das ein Abgeordneter, vielleicht mal in einer offenen Abstimmung, gegen das Votum des Mitgliederparlaments entschieden hat, kann man ja ihm die Verdienstzuschüsse entziehen, weil die Gelder sollen in der Parteihand bleiben, also die Einnahmen laufen dann automatisch, die werden von dem Konto wahrscheinlich automatisch dann weitergeleitet an die Partei an sich und dadurch ist der Abgeordnete muss im Dienste der Mitgliederparlamente und der Mitgliederabstimmungen tätig sein oder er verliert seine Verdienstzuschüsse und das ist im Prinzip schon eine gute Idee, weil das bedeutet, da will man, versucht man, positive Anreize zu setzen und so weiter, aber wie gut ist die Qualität, also wie gut wird die Qualität solcher Mitgliederparlamentsentscheidungen sein, die dann ja Experten hören sollen, ja, wo ist die Grenze daran, dass diese Experten, dass sich da Lobbyisten einschleichen und diese sozusagen mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern im Kopf quasi als Lobbyisten für bestimmte Zünfte oder Konzerne wirken und damit dann sozusagen die ähnliche Gefahr entsteht, dass die Partei am Ende doch wieder mit Experten zusammenarbeitet, die sich in Wirklichkeit als Lobbyisten wenn man es wüsste eigentlich Lobbyisten sind und bestimmte vorteilbringende Irrtümer bestimmter Zünfte Berufsstände oder Konzerne im Kopf haben oder im Hinterkopf haben und dann ist auch die Gefahr, dass dann wieder bezahlte Lobbyisten sich einschleichen und dann hätten wir doch eigentlich wieder ein ähnliches Problem, wir müssen doch also diese Art Experten Problematik also Experte mit vorteilbringenden Irrtümern Experte ohne vorteilbringende Irrtümer das ist ja der Weltrat tritt ja an um als Experte also die Next Scientist vom Weltrat treten ja an um als Experte möglichst ohne vorteilbringende Irrtümer in den Köpfen aufzutreten und zur Verfügung zu stehen und hier ist also wie gesagt schon ein Schwachpunkt dieses Systems dass hier sich irgendwann wieder bezahlte Lobbyisten still und leise in die Expertenrolle einschleichen würden und in diese Experten Anhörungen zweiter Punkt ist wie gründlich wie gründlich werden sozusagen die wie gründlich werden die Mitglieder bei der Prüfung der Expertenmeinungen oder der Expertenargumente sind es ja Expertenargumente sein können es handelt sich um Parteimitglieder es handelt sich um Laien die aber eben nicht 52 Jahre Wissenschaftserfahrung mitbringen wie die Next Scientists for Future sondern also durchschnittlich 40 Jahre Wissenschaftserfahrung sondern viel zu wenig ja und dadurch können das diese Laien gar nicht beurteilen außerdem sind diese Laien wahrscheinlich von durchschnittlicher Intelligenz also das heißt es wird ein paar sehr kluge Laien geben es wird ein paar sehr wenig kluge Laien geben und sehr viele durchschnittliche so und so das heißt also erstens können sich diese Partei Laien sozusagen weder ganz sorgfältig und ausdauernd sozusagen der Prüfung der Expertenargumente und deren bisherigen politischen Entscheidungen aber letztendlich doch sehr durchschnittlich die werden nicht den Charakter von Top Leuten haben von Top Staatsmanagement haben sondern es wird ein durchschnittliches suboptimales Staatsmanagement daraus resultieren und ich möchte nicht von letztendlich in einem suboptimalen ich möchte nicht vom Regen in die Draufe kommen also hier ist vielleicht von der von der Kompetenz unsere Politik jetzige Politik dann wird sie durch diese dieses Heben auf den Durchschnitt von Mitgliederparlamenten oder Bürger und Volksentscheids Parlament Aspekten und so weiter und Bürgerräte Bürgerversammlung Bürgerparlamente Parteimitglieder Parlamente und Räte und so weiter wird sie auf ein durchschnittliches Niveau geholfen aber warum nicht gleich auf ein Top Staatsmanagement Niveau heben durch noch bessere positive Anreize und da sind wir dann dabei ja was würde also sozusagen das Vorwahlsystem der Next Scientist for Future bringen da würde es ja folgendermaßen sein dass jeder auch die hier die besten Experten Deutschlands die klügsten Leute könnten sich jederzeit in Vorwahlen in den Bürgerhäusern der Städte zusammengestellt vom Bundeswahlleiter werden dann Wählerstichproben zusammen und zwar repräsentative hört hört repräsentative Wählerstichproben also die werden fair sein die werden ungefähr dann diese Wählerstichproben entsprechen quasi der Gesamtgesellschaft die sind repräsentativ für die Gesamtgesellschaft sie repräsentieren die Gesamtgesellschaft und diese Bürgerstichproben diese Wählerstichproben da wird dann alles getan dass auch möglichst die alle hinkommen denen wird geholfen so dass die frei sich nehmen können die Kinder werden betreut durch Kinderbetreuer und so weiter und alles wird getan dass das sozusagen hier wirklich diese repräsentative Wählerstichprobe also die das gesamte Spektrum der Gesellschaft repräsentiert auch wirklich möglichst vollständig zu dieser Wahl dann gehen kann ja sozusagen vielleicht kriegen die auch ein kleines Geld dafür dass sie das machen können oder ja also auf jeden Fall die sollten anwesend sein damit die Repräsentativität dieser Wählerstichprobe nicht zu sehr verfälscht wird ein bisschen Verfälschung wird nicht schaden aber es sollte keine systematische Verfälschung geben ja und dann werden die abgeholt von Beamten in Zivil und so weiter und es wird alles getan dass die Kinder betreut werden dass das Geschäft betreut wird und so weiter und es wird alles getan dass die Leute wirklich an diesen Wahlen teilnehmen können und dann sitzen da vielleicht 500 Bürger in einem Bürgerhaus und Harren der Leute und natürlich werden sich auch nach demokratischem Prinzip werden auch Leute von hier sich den Wählern präsentieren also also sozusagen wenig kluge Menschen mittelkluge Menschen und sehr kluge Menschen werden in diesen Vorwahlen auftauchen und jetzt ist zu hoffen dass sich im Wesentlichen die sehr klugen auch durchsetzen werden können zumindest die ziemlich klugen weil die vielleicht auch so gut darstellen können wie positiv die Reformen dann sein werden für die Bevölkerung und das zwar nicht alle vollständig verstehen aber doch so die Wähler die Mehrzahl der Wähler das Gefühl hat naja gut der weiß von was er redet die weiß was von was sie redet und da gebe ich mal meine Stimme und die Hoffnung ist jetzt dass wir also sozusagen jetzt plötzlich Staatsmanager haben haben und sie merken mit diesem Vorwahlsystem sind die Parteien entkräftet denn jeder Bürger kann sich da melden Parteien werden also unwichtiger sie werden weniger wichtig durch dieses Vorwahlsystem weswegen man natürlich auch die bisherigen Politiker sozusagen auch gut ausbezahlen muss für diesen Verlust an finanziellen Verdienstmöglichkeiten der sich daraus resultiert dass die Parteien generell weniger Bedeutung haben werden denn jetzt kann ein Staatsmanager jetzt passiert erstmal folgendes jetzt setzt diese neue Staatsmanager wenn der jetzt schon mehrere solcher Vorwahlen gewonnen hat setzt der natürlich die existierenden Politiker die Ministerpräsidenten die Kanzlerinnen und und so weiter und die wie sagt nennt man das die Kommunalparlamente und so weiter da setzen die unter und einen ziemlichen Druck Leistung zu bringen zum Nutzen der Bürger ja denn sie wissen sonst werden sie abgewählt zugunsten denn man konnte es zum Beispiel so machen dass immer in der Mitte der Legislaturperioden dann solch ein Herausforderer sozusagen in ein Duell kommt mit dem Amtsinhaber und wenn der Herausforderer sei es er kandidiert für das Ministerpräsidentenamt oder für den Bürgermeisteramt oder für das Kanzleramt und und wenn dann der dann auch diese Vorwahl gewinnt dann gibt es Neuwahlen dann wird also nicht die repräsentative Stichprobe genommen sondern dann nehmen wir die Gesamtbevölkerung also die 60% die zur Wahl gehen und dann kriegen wir sozusagen sozusagen diesen Staatsmanager und der wird dann hinter ihm sammelt sich dann eine Partei dann werden also Leute aus der politischen Szene ihn unterstützen und hinter diesen fähigen Staatsmanagerin sozusagen entsteht eine neue Partei ähnlich wie bei Macron ja auch da eine neue Partei hinter ihm sich quasi gebildet hat oder so ja in der Art und Sie sehen es also Parteien haben jetzt eine ganz andere Rolle das ist so den Hauptrolle spielen die kompetenten Staatsmanager und das übt einen enormen Druck auf die Politik aus jetzt endlich wieder im Dienste der Bürger tätig zu werden und endlich sozusagen sich von den Lobbyisten zu verabschieden von den Konzernen zu verabschieden von der High Society zu verabschieden und sich wieder den Bürgern zuzuwenden und das bedeutet dass wir hier schon ein optimalem Staatsmanagement schon sehr viel näher kommen als mit diesem suboptimalen Durchschnitts Parlament System sozusagen Zweite Modell ist die Wohlfühlstimme und die Next Scientists for Future können natürlich jederzeit andere Modelle entwickeln und adaptieren und so weiter das ist für die kein Problem nach 40 Jahren Wissenschaftserfahrung im Durchschnitt und nach 52 Jahren Wissenschaftserfahrung so vom Anfang an ist das eine Kleinigkeit für die aber nicht für jemand anders denn man sieht ja jetzt dass diese Vorschläge die ja so eher aus dem Bereich der Verträumten oder nennen wir sie vielleicht nicht mehr Verträumte Linke denn nennen wir sie wie können wir sie nennen sagen wir mal so experimentelle Linke nennen wir sie vielleicht die sehr experimentelle Linke denn diese Ideen sind ja sehr sehr experimentell in vielerlei Hinsicht zwar auch sehr gewagt aber das sind sehr experimentelle nennen wir sie doch die experimentelle Linke also neuer Begriff notiere ich schon mal gleich für die nächsten Sendungen experimentelle Linke ja während ja natürlich die evolution die bodenständige vernünftige realistische evolutionsbiologische Linke natürlich schon genau weiß von was sie redet das ist weit jenseits des experimentellen Stadiums ja also aber wir reden jetzt also wir streichen das Wort wir nehmen das Wort zurück entschuldigen uns für das Wort verträumte Linke und sagen hier experimentelle Linke also gemeinwohl ökonomie und alles andere und so weiter bürgerräte volksentscheide experimentelle Linke ja und dann kommt hier die bodenständige evolutionsbiologische evolutionsbiologische Linke ja und dann reden wir vielleicht noch hier mit den paar Leuten von der CDU rechts leicht rechts von der Mitte und dann fängt die Werteunion an und ab da ist Schluss mit denen reden wir nicht wegen der besonderen Geschichte Deutschlands ja so und damit auch so dann gehe ich mal weiter hier also die Wohlfühlstimme ja was ist die große Überlegenheit jetzt der Wohlfühlstimme warum bringt die uns noch bessere Ergebnisse warum bringt die uns die optimal bisher jedenfalls warum ist das der bisher beste Lösungsvorschlag der Next Scientists for Future weil sozusagen die Wohlfühlstimme da sagt ja jeder Bürger Problem sind sozusagen die Gruppen die ihr Haupteinkommen vom Staatswegen beziehen das habe ich ja thematisiert dass man die manchmal auch herausrechnen muss weil das da kann es zu Verzerrungen in der Abgabe der Wohlfühlstimme kommen aber jeder der so im Wesentlichen sein Einkommen selber erzielt wird sicherlich eine und wir wollen ja totale Vollbeschäftigung erreichen sozusagen Arbeit für alle ja ist ja Grundgesetz bei uns und dann sozusagen werden die Wohlfühlstimmen ziemlich gut das sozusagen alles abdecken und zwar letztendlich bedeuten wenn irgendwo ein Ministerpräsident oder ein Bürgermeister irgendetwas gegen die Bürger tut dann werden die Wohlfühlstimmen absinken wodurch ja der Lobbyismus sofort endet denn weil jeder Politiker weiß spreche ich noch mit einem Lobbyisten und handele gegen die Bürger wird wird meine Partei bei den allen nächsten Wahlen die dann kommen es kommen ja immer wieder Wahlen ja grundsätzlich ja vom Wähler abgewählt und und damit also es wird dann auch so sein dass also in einem Bundesland oder also ein Ministerpräsident wenn sowas passiert immer sofort auch Hilfe der Gesamtpartei bekommt ja weil die die sagt ja wenn in einem Bundesland oder in einer Kommune die Wohlfühlstimmen der Bürger absinken signifikant ja und dass der Bundeswahlleiter ja sofort an die Öffentlichkeit bringt das ist ja seine Pflicht darauf überwachen ja das Bundeskriminalamt dass das auch sofort geschieht ja und dann und dass allen sofort öffentlich ist immer sofort der Stand also was weiß ich die Wohlfühlstimmen dürfen allerhöchstens einen Tag alt sein oder so und das ist dann immer sofort der Öffentlichkeit bekannt die Bewegungen der Wohlfühlstimmen in allen Kommunen und allen Bundesländern und im Bund und so weiter ja die sind immer transparent ja weil bei den Bundesländern können wir dann immer direkt zwischen den Bundesländern vergleichen bei den Kommunen können wir zwischen den Kommunen vergleichen und dann kann jeder Bürger sehen aha da macht ein Ministerpräsident Schrott der der schadet den Bürgern also wird der Beruf das Lobbyisten verschwinden von heute auf morgen also innerhalb eines Tages weil die Firmen ja sehen die Firmen sehen ja auf der anderen Seite auch da meine unsere Verdienst Zuschüsse als Firma ja davon abhängen als Konzern davon abhängen dass die Wohlfühlstimmen der Bürger besser werden besser werden und die Gesundheitsdaten und die Langlichkeitsdaten und die insgesamten Wirtschaftswunderdaten besser werden nützt mir ja der Lobbyismus nichts mehr denn damit erzeuge ich ja Gesetze die den Bürgern schaden das führt zu schlechteren Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten dann wird mein Verdienstzuschuss als Konzern reduziert von Staatswegen und dann gehen wir pleite dann sterben wir aus also sagen die Konzerne liebe Lobbyisten sucht euch einen anderen Job ihr seid kompetente Leute das Arbeitsamt hilft euch sofort in den nächsten Job denn ihr seid gute Leute ihr könnt was sonst wärt ihr nicht erfolgreiche Lobbyisten gewesen also kein Problem der Berufsstand Lobbyist verschwindet von heute auf morgen kein Problem die finden alles schnell wieder Arbeit und dann ist sozusagen hier der Punkt dass diese Wohlfühlstimmen quasi die Politiker disziplinieren und in den Dienst der Bürger hinein disziplinieren weil sie sonst weg vom Fenster sind und die ganze Partei wenn irgendwo die Wohlfühlstimmen schlecht aussehen dann wird die ganze Partei diesem Ministerpräsidenten helfen und das Land wieder auf Vordermann bringen denn sonst heißt es dass die Partei bei allen nächsten Wahlen im Nachbarland bei den Kommunalwahlen grundsätzlich vom Wähler ja nicht mehr gewählt wird wegen schlechter Politik bewiesenermaßen schlechter Politik und das ist doch schon also hat jemand eine bessere Idee ich würde sagen hier sind wir doch schon sehr nah an einem optimalen Staatsmanagement was daraus resultiert denn was werden jetzt die Politiker tun die Politiker sind jetzt nicht mehr den ganzen Tag mit Lobbyisten und Konzernen und der High Society so am rummachen und kümmern sich auch nicht den ganzen Tag nur um ihre persönliche und individuelle Karriere sondern die setzen sich jetzt mit den besten Experten der Welt zusammen mit den Next Scientists for Future auch zusammen und kriegen von denen die Information wie gefährlich Experten sein können wenn sie vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben also wie gefährlich es ist Experten von NGOs oder von Berufsständen zu hören weil die alle sozusagen vorteilbringende Irrtümer ihre eigenen Süppchen quasi im Kopf haben also quasi die NGOs haben vorteilbringende Irrtümer im Kopf die ihnen viele Spendengelder bringen und so weiter und die 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 ganzen ja also letztendlich sozusagen jede NGOs denken wir an eine ja ein Migrations NGO oder die Seebrücke ja die haben natürlich die Idee im Kopf alle Menschen auf der Welt sind Genies das ist der vorteilbringende Irrtum also hier es ist ja bewiesen in der Naturwissenschaft ja bewiesen dass leider unsere Urgroßmutter einen halben Liter Hubraum also ein Fiat 500 Gehirn hatte sozusagen und dass heute die Menschen schwanken zwischen ein Liter Hubraum und zwei Liter Hubraum und früher sogar schon mal 1,5 Liter Hubraum hatten vor 40.000 Jahren möglicherweise und mittlerweile wir alle degenerieren Richtung also sind schon degeneriert Richtung wir haben heute nur noch 1350 Milliliter und im Moment sind die Evolutionsverläufe so dass wir bald uns dem Ein Liter Hubraum nähern und vielleicht auch irgendwann wieder den 500 Millilitern Hubraum nähern denn Evolution geht immer in alle Richtungen das heißt wir können auch alle wieder dümmer werden im Durchschnitt und das sind wir schon im Durchschnitt ja und das heißt also kurz gesagt wo wollte ich gerade hin also Gehirne ah ja also das ist die bestbewiesendste Tatsache der Welt dass also wir alle unterschiedliche Gehirngrößen haben und die relativ stark mit der Klugheit korrelieren sodass es also genetisch kluge und genetisch dumme Menschen gibt und das steht fest ist die absolute Tatsache und jetzt kommt der 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 Giola also die Seebrücke zum Beispiel kommt jetzt mit ihrem vorteilbringenden Irrtum und sagt nein alle Menschen also das ist hier ja eine junge kluge Ärztin aus Afrika die sehen wir gerne in Deutschland ja da machen wir gerne den Braindrain sozusagen das Braindrain Spiel erfolgreich für Deutschland ohne dass Parallelgesellschaften entstehen können wir vermeiden ja in Zukunft alle Parallelgesellschaften und bauen sie auch wieder rück zurück ja sozusagen durch Abkaufen der Staatsbürgerschaften habe ich ja alles schon tausendmal erwähnt und Rückkaufen der Staatsbürgerschaften sozusagen oder abkaufen aber hier dann die Seebrücke würde jetzt sagen alle aus Schwarzafrika sind Genies und die tun uns alle gut die sind so wertvoll wie Gold und dann glauben viele Menschen diesen vorteilbringenden Irrtum und spenden dann für die Seebrücke und dann sozusagen breitet sich dieser Irrtum als vorteilbringende Irrtum gewaltig in der Gesellschaft aus und er weist sich als ein Killer-Virus des Geistes also da sind wir dann wieder bei diesem Bild hier ja das also hier jetzt stellen sich ein Mitarbeiter der Seebrücke vor der Wahrheit bleibt und sagt naja wir müssen doch genau prüfen wer in Afrika intelligent und nützlich ist für Deutschland und wer vielleicht schädlich ist weil er den Durchschnitt der Intelligenz und der Gehirngröße weiter absenkt mit seinen Kindern zum Beispiel dann oder seinen möglichen Kindern und dann dann haben wir hier die Person die 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 ein Irrtum glaubt nämlich dass alle Menschen die aus Afrika kommen wollen alle von vornherein Genies sind weil alle Menschen gleich sind seien sozusagen und diese dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringende bringend und so jemand macht dann eben viel Karriere findet viele geistige Nachfolger in der Seebrücke sozusagen wird dann Vorsitzender der Seebrücke und so weiter und dann kann so jemand auch viele Kinder ernähren und sein vorteilbringender Irrtum breitet sich aus also Vorsicht Experten sind immer gefährlich wenn sie vorteilbringende Irrtümer tragen und wir hoffen dass die Next Scientists for Future vom Weltrat möglichst wenige und wir hoffen dass wir fast keine vorteilbringenden Irrtümer im Kopf mehr tragen sind bei guter Hoffnung aber natürlich vielleicht irgendwo ein kleiner vorteilbringender Irrtum wird bei uns auch noch bei dem einen oder anderen auch noch im Gehirn drin sein ja dann gucken wir mal weiter also ja also von daher wir freuen uns wenn in den Parteien in der Partei wir 20 Experten aus der wie habe ich sie genannt experimentellen Linken genauso angehört werden wie aus der vernünftigen realistischen bodenständigen evolutionsbiologischen Linken die also ziemlich nah der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist und die sozusagen wir freuen uns auf diesen Austausch weil wir dann den Parteimitgliedern die Augen öffnen können wie gefährlich es ist auf Leute zu hören die vorteilbringende Irrtümer ihre eigenen Zunft im Kopf tragen zum Beispiel Sozialberufe pädagogische Berufe und so weiter also jeder der eine Ausbildung in einer Zunft hat in einem bestimmten Berufsstand ist eben gefährlich für die Partei weil er als Experte eventuell voll ist mit vorteilbringenden Irrtümern der eigenen Zunft die dann sozusagen zu einem falschen Rat führen würden zu einem schädlichen Rat für die Partei führen also vorteilbringende Irrtümer führen immer grundsätzlich zu einem schädlichen Rat für die Partei und das sollten wir doch jetzt begriffen haben wie gefährlich Experten sein können denken sie nur an Drostenbieder und Lauterbach wie gefährlich so etwas sein ist für uns alle wie mörderisch ja wie wie tödlich jetzt können wir uns auch klar sein wie wie gefährlich es war dass also Hitler und der Nationalsozialismus da von vorteilbringenden Irrtümern von irgendwelchen Pseudo-Experten in die Irre geführt wurde und in den Untergang geführt wurde und so weiter ja denn Hitler hat ja diese 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 Irrtümer sich nicht selber ausgedacht die sind ja durch Experten in seinen Kopf gekommen und durch die vorteilbringenden Irrtümer von Pseudo-Experten in die Köpfe gekommen ja und das sie sehen ja was das für eine mörderische Blutspur durch die Welt ziehen kann also deswegen Vorsicht Experte prüfen ja prüfe wer sich ewig bindet sozusagen ja oder in irgendeiner Weise bindet ja und deswegen wir freuen uns darauf klar zu machen wo die Schwachpunkte also die Vorzüge der experimentellen Linken sind nämlich immerhin besser als das Alte aber wo diese diese experimentelle Linke suboptimal ist verglichen mit den Next Scientist for Future zum Beispiel also der evolutionsbiologischen Linken sozusagen ja die sozusagen am allerwenigsten kreationistisch und flacherdlerisch ist sozusagen die evolutionsbiologische Linke so ja das heißt also die Politiker die ja dann immer noch Berufspolitiker wären jetzt beim Wohlfühlstimmen Modell und beim Vorwahlen Modell dann die werden sich jetzt also vollberuflich der Frage widmen wie filtere ich wie unterscheide ich schlechte Experten von guten Experten wie unterscheide ich Experten mit vorteilbringenden Irrtümern von anderen und so weiter höre immer beide Seiten die dann ja sozusagen wenn sie immer die Next Scientist for Future hören immer ihnen sagen werden aha dieser vermeintliche Experte hat den und denjenigen vorteilbringenden Irrtum im Kopf der antinaturwissenschaftlich ist und der dient nur der macht quasi nur Lobbyismus für seine Zunft oder für seine NGO ja für irgendeine Naturschutz NGO oder für irgend so was anderes wo es darum geht die Spendengelder zu vergrößern und die Karrieremöglichkeiten zu vergrößern für die NGO Geschäftsführerinnen ja und so weiter ja 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 also von daher sehr gut Frau Rosen gute gute Ansätze schöne experimentelle linke Ansätze aber eventuell suboptimal und noch optimierbarer durch die Next Scientist for Future so und dann ist ein zweites Thema von Frau Rosen ja nämlich Bevölkerungskontrolle also sie erkennt richtig sie erkennt ganz richtig sozusagen wir müssen sozusagen ich hole jetzt mal das Blatt hier raus Sekunde ja also sie merken ich arbeite mit Zettelwirtschaft handschriftlich ich habe noch schreiben gelernt also Frau Rosen sehr gut jetzt das zweite da gucken wir auch wieder das ist auch wieder experimentelle linke klingt auch wieder ziemlich gut aber vielleicht auch wieder nicht ganz optimal sondern vielleicht suboptimal ja also vergleichen wir doch mal Next Scientist for Future und Frau Rosens Ideen die sie so andeutet ne also Bevölkerungskontrolle es ist klar dass wir nicht irgendwann hier mit 50 Milliarden Menschen rumlaufen sollten auf der Erde irgendwie ist das hoffentlich vielen klar ne und jetzt haben wir einen Vorschlag nämlich Bevölkerungskontrolle durch Erhöhung des Lebensstandards also quasi Umverteilung von den Reichen umverteilen das erinnert mich an Sarah Wagenknecht die auch wieder eine Sendung gemacht hat die auch eben kann ich das schon schleichen die von einer Vermögensabgabe gesprochen hat also immer die Umverteilung von oben nach unten so jetzt erster kleiner Einwand das übersieht das kleine winzige Problem das kleine winzige Problemchen dass hier also unsere geliebten Milliardärskönige nun mal im jetzigen Zustand noch die Macht über die Welt haben und über die Lobbyisten und die Konzerne einen riesen Einfluss auf die Politik haben und jetzt könnte man sagen das macht nichts weil wir ja und die werden dagegen sein gegen diese Umverteilung und jetzt passiert folgendes dass die dagegen sind wäre kein Problem denn die Politikkönige denen können wir ja ihre Diäten und alles ihre Geldzuflüsse drastisch erhöhen und sie ausbezahlen quasi dadurch sagen die okay der Staat hat mich finanziell so mit so großzügig mit Geldern eingedeckt dass ich da kein Problem habe einer solchen Änderung zuzustimmen aber was passiert jetzt bei den Reichen die Reichen sagen ja schön tschüssi Deutschland war ja sowieso kein so interessanter Investitionsstandort ich lasse meine Fabriken abbauen meine Maschinen einpacken sozusagen meine Maschinenparks alle Deutschen werden arbeitslos und wir wandern alle ab ins nichtdeutsche Ausland und machen dort unsere Fabrik bieten dort Fabrikhallen an stellen unsere Maschinen auf und produzieren mit den Mitarbeitern dort dort gibt es keine Vermögensumverteilung da gibt es keine Vermögensabgabe und dann sind wir alle weg und Deutschland herrscht Massenarbeitslosigkeit und Deutschland bricht die große Armut aus das ist so die Kleinigkeit die man übersieht bei solchen Vorschlägen die so schön klingen ja nämlich wie Professor Hans-Werner Sinn sagt ja dann ist es das gewesen dann sind die Reichen weg und viele übersehen auch dass die Reichen ja ihren Reichtum gar nicht konsumieren sondern investieren also die 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 Reichen konsumieren können natürlich alles sich leisten was sie wollen aber so viel ich weiß zum Beispiel so eine Familie Aldi die hat was man so hört immer relativ sparsam gelebt die hat also nicht auf den Putz gehauen weil die gemerkt haben das bringt auch nicht viel das bringt nicht viel Lebenslust und Lebensfreude deswegen sind die so auf dem Boden geblieben und haben nicht viel verbraucht sondern haben ihr Geld investiert in die Firma Aldi sozusagen und haben damit neue Aldi Arbeitsplätze geschaffen und so weiter und das ist das entscheidende die Reichen die meisten verschwenden ja gar nicht sondern die haben ja Spaß am Arbeiten und die investieren Gelder und schaffen für die Deutschen neue Arbeitsplätze und das sind auch so Kleinigkeiten die einfach nicht bedacht werden bei solchen Vorschlägen von der experimentellen Linken wie wir sie ja jetzt ab jetzt nennen die experimentelle Linke ja und wir sind eben die naturwissenschaftliche Linke die also eine Basis hat und in vielerlei Hinsicht nicht mehr nur experimentell ist sozusagen ja und ja und dann wie geht es weiter und auf der anderen Seite wird noch eine Kleinigkeit übersehen ja dass wenn dann nämlich alle einen hohen Lebensstandard haben wie in Deutschland dann bedeutet das dass acht Milliarden Menschen drei Erden bräuchten also die eine Erdüberkonsumierung stattfindet das heißt dass die gesamte Natur und die Umwelt so weit wir sie als Menschen brauchen ja total zusammenbrechen würde das ist auch nur eine Kleinigkeit ja acht Milliarden Menschen auf dem Lebensstandard von Deutschland mit der absoluten Konsumsucht Kaufsucht und Shoppingsucht ist der Tod des Planeten Erde ja kleines Problem was die experimentelle Linke da etwas übersehen hat so da jetzt kann man sagen der Preis ist jetzt schon viel zu hoch aber in Wirklichkeit geht es noch viel weiter ja nämlich jetzt kommt jetzt das entscheidende Argument was bedeutet denn dieses viel konsumieren und keine Kinder in die Welt setzen ist es denn freiwillig oder ist das ein Leidensweg wollen wir dass acht Milliarden Menschen leiden indem sie weniger Kinder bekommen ja wollen wir diesen Leidensweg den wir in Deutschland haben dass eine Karrierefrau oft lebenslang kinderlos bleiben muss weil sie sich entscheiden musste zwischen Karriere und Beruf und Kind zwischen Karriere und Kind wollen wir diesen Leidenszustand jetzt auf acht Milliarden Menschen ausweiten nur weil wir dann nach einigen Generationen endlich weniger Menschen haben geht das nicht auch anders können wir nicht von der Naturwissenschaft lernen und der Natur lernen gibt das nicht bessere Lösungen und wo ist der jetzt kommt der eigentlich Schaden jetzt kommt es ganz dicke wodurch wurde denn diese Kinderlosigkeit in Deutschland erzeugt erstens durch eine völlig falsche Bevölkerungspolitik durch die ganzen vorteilbringenden Irrtümer dass es doch egal ist wer die Kinder kriegt weil ja alle Kinder Genies sind und jedes Neugeborene ein Genie ist und so weiter alles nur von Bildung abhängt Gene spielen keine Rolle Mutation und Selektion spielt keine Rolle und 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 ja bringenden Irrtümer bestimmter Zünfte ja Sozialzünfte pädagogischen Zünfte und was auch immer Zünfte ja und jetzt ist es eben so dass hier dieser Früharzt und Frühhändler ja keine glücks zerstörenden Ideen hat also in der Wahrheit lebt hier haben wir aber den Früharzt und Frühhändler der glücks zerstörende Ideen äußert zum Beispiel so euer Liebesleben ist eklig widerwärtig und schmutzig und unkeusch hört auf damit und Sexualität ist Dreck und weg damit und Körperkontakt zwischen Mutter und Kind ständig dieses Stillen und Geschlabbere da mit der Mutter und Kind hört auf damit ist ja unkeusch ja also und diese vorteilbringenden Irrtümer haben ja schon erreicht dass zum Beispiel bestimmte Mütter damals ich glaube im viktorianischen Zeitalter waren die Mütter von oben bis unten zugeknöpft und es wurde jeder Körperkontakt mit dem Kind glaube ich vermieden ich weiß es nicht ich weiß es nicht genau aber das heißt also sozusagen Totalzerstörung des Liebe des Liebeslebens unter den Menschen der Liebe unter den Menschen ja und das ist dann der Preis dafür dass dann sozusagen es am Ende die Leute werden konsumsüchtig kaufsüchtig shoppingsüchtig und dann muss man dafür zu viel arbeiten muss Karriere machen dadurch hat man keine Zeit für Kinder kriegen und so weiter und dann kommt es zum Rückgang der Geburtenrate besonders bei den Hochqualifizierten und so weiter ja und wollen wir wirklich dieses Leid dieses Elend einer unglücklichen glücksberaubten Gesellschaft wie Deutschland wollen wir den wirklich acht Milliarden Menschen zumuten nur um die Bevölkerung zu reduzieren ist das nicht grausam ist das nicht eher rechts sozusagen eher grausam so ein Vorschlag ja also wenn man diesen den Vorschlag der experimentellen Linken sozusagen prüft und sorgfältig durchcheckt dann erweist er sich eher als rechter Vorschlag so ähnlich wie die 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 Vertreter von Gewerkschaften und Tariflöhnen und Mindestlöhnen und hohen hohen Hartz IV und hohem bedingungslosen Grundeinkommen wie sich das nach sorgfältiger Prüfung ja immer erwiesen hat als ein rechter Vorschlag der also eher gar nicht links ist nämlich ein unsozialer Vorschlag der sozusagen zur Verwahrlosung ganzer Schichten der Gesellschaft führt auf dem Abstellgleis sozusagen und das ist keine soziale linke Politik bei uns bei den Next Scientist for Future soll es keinerlei ausgegrenzte mehr geben alle gehören wieder zur Mitte der Gesellschaft keinerlei ausgegrenzte alle Menschen werden befreit aus den Klauen der Sozialbürokratien sozusagen ja also von daher ich hoffe es ist deutlich geworden dieser Vorschlag der experimentellen Linken ist wieder suboptimal und nahe dem optimalen ist der Vorschlag der Next Scientist for Future nämlich jetzt kommen die experimentellen Linken vielleicht oder die verfassungsfeindlichen Linken sowieso und sagen jetzt ja aber sich bei der Natur abzuschauen wie die Natur dann das Problem gelöst hat und da die Naturwissenschaft zu befragen das ist ja rechts ne ist eben nicht rechts das ist echt sozial und das ist echt links ja denn was haben die Linken gemacht die damals die experimentelle Linke in Form der Feministinnen gemacht die haben gesagt wir wollen Abtreibung wir bestehen auf Abtreibung und Abtreibung ja ob die Kinder wirklich keinerlei Schmerz Empfinden haben ob das wirklich immer so schön ist abgetrieben zu werden ob die wirklich völlig frei von Schmerz Sensorik sind in dem Stadium bis zu dem Abtreibung erlaubt ist naja so ja außerdem kann die Mutter schwer gesundheitlich durchgeschädigt werden durch eine Abtreibung und 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 ja also dieser Satz mein Bauch gehört mir ist der genug ist 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 da nicht am Ende wieder ein Geschäft für die Medizin Industrie mit drin ist das nicht auch das Abtreibungsmodell wieder ein Vorteil bringender Irrtum der Medizin Industrie weil die dann gut verdienen können an den Abtreibungen ja müssen wir das nicht hinterfragen als Linke sozusagen müssen wir das nicht hinterfragen ob das nicht ein kapitalistisches Projekt ist sozusagen auf Abtreibung und auf Pille und auf all diese kapitalistischen Produkte zu setzen ist das Verhütungsmittel und ähnliche Dinge wie wäre denn der natürliche Weg was haben denn die Menschen gemacht vor dem Kapitalismus mit seinen Produkten und seiner Medizin Industrie und deren Profit Interessen ja was haben die denn davor gemacht tut mir leid euch das sagen zu müssen wir haben da in der gesamten Wissenschaft nur wenige Hinweise dazu gefunden Moses schwamm auf dem Nil weil seine Mutter ihn ausgesetzt hatte und dem Sterben überlassen hatte klingt für uns grausam irgendwie die irgendwelche ur also naturnäheren Völker setzen ihre Neugeborenen aus weil auch bei denen quasi der Satz nicht gilt nicht nur gilt mein Bauch gehört mir sondern da gilt der erweiterte Satz mein Bauch gehört mir und mein Neugeborenes gehört ganz allein mir das ist also ganz nahe dem was die Feministinnen ja auch immer gesagt haben nur dass es in dem Fall heißt mein Neugeborenes gehört mir denn macht die Mutter eine natürliche Geburt durch was für die Mutter auch gesundheitsförderlich ist es soll gesundheitsschädlich sein wenn Mütter keine Kinder bekommen sondern wenn sie immer wieder nur abtreiben oder das Kind nicht zur Welt bringen also es soll gesundheitsförderlich sein für Mütter wenn sie Kinder bekommen eine natürliche Geburt haben in der Hocke wo das Kind nach unten gezogen wird und eben nicht mit den Fehlsystemen der medizinischen Geburten Praxis die ja eher eine Folter ist weil dann ja die Ärzte gebraucht werden und die Medikamente gebraucht werden und so weiter sondern natürliche Geburtsformen ja sozusagen müssen wieder da müssen die Vorteil bringenden Irrtümer der Medizin der Geburtshilfe überprüft werden und dann muss eine natürliche Geburtshilfe praktiziert werden und dann ist die Geburt auch kein solcher Horror sozusagen und dann ist sie auch gut für die Gesundheit der Mutter und dann kriegt sie das Kind und wenn wir dann die Medizin Industrie nutzen und sagen irgend so was ähnliches zu konstruieren wie ein Massageöl ein warmes Ayurveda mäßiges Massageöl mit dem wo also Morphium oder irgendeine andere Glückstroge drin ist sozusagen und wo das Kind dann in einem glückseligen Zustand einmassiert wird und einen glückseligen einen Drogenrausch erlebt glückselig ist und gar nicht mit kriegt dass es verendet sozusagen und stirbt das wäre natur analog das ist das was die Naturwissenschaft anbietet als Alternative und die klingt jetzt scheinbar grausam aber ist das nicht die menschlichste Lösung von allem das Überbevölkerungsproblem zu lösen und vor allem es gibt ja noch ein zweites Lösungsmodell das ist das grausame Lösungsmodell das andere ist das noch menschlichere noch natürlichere Lösungsmodell nämlich wir hatten ja festgestellt hier vorhin dass der vorteilbringende Irrtum auch hieß eklig dieser ständige Körperkontakt zwischen Mutter und Kind das ist ja Kindes Missbrauch das ist ja widerwärtig also hört auf stillen höchstens ein paar Wochen oder Monate Schluss damit und so weiter doch nicht acht Jahre stillen geht doch nicht und das ist doch sexueller Missbrauch und so weiter das sind die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen zum Beispiel der Muttermilch Ersatz Nahrungsprodukte Industrie zum Beispiel die verbreiten solche vorteilbringenden Irrtümer und glauben sie und die müssen wir ja aussterben lassen durch positive Anreize und das werden wir ja tun das würden ja die Next Scientists for Future tun wenn vieles von ihren Reformen sich in den endgültigen 20 Reformen befindet von wir 2020 und ja und das bedeutet jetzt dass dann alle in der Gesellschaft werden jetzt empfehlen dass jede Mutter so lange wie möglich stillt und so viel Körperkontakt und dass es wieder zum Normalfall wird nackter Körper der Mutter und nacktes Körper des Babys ständig im ständigen Kontakt das Baby darf ständig an den Brustwarzen spielen und angeblich führt das dann zu einer natürlichen Empfängnisverhütung wirkt also ungefähr wie die Pille nur besser als die Pille nämlich völlig natürlich und unschädlich ja und dann wirkt quasi hier greift also hier sozusagen die Bevölkerung sozusagen passiert folgendes dass eben die Mütter wieder total im Körperkontakt mit den Babys sind das Körper der Mutter kriegt das hormonelle Signal da ist ein Baby also Empfängnisverhütungsschaltung sozusagen und dann kann sie Sex haben so viel sie will sie wird nicht schwanger weil das Baby ständig an ihrem Körper ist immer wieder und möglichst ununterbrochen auch an der Arbeit ja auch bei der Karrierefrau so und jetzt passiert noch folgendes wenn dann also die Frauen zwischen 10 und 100 Prozent steuerbefreit werden steuerfreie Beträge bekommen sobald das Baby geboren ist und alles getan wird dass also der Arbeitgeber auch total glücklich damit ist und Kindersekretärin und alles alles bezahlt wird was dazu führt dass es richtig Spaß macht als Karrierefrau mit dem Baby am Körper weiterzuarbeiten ne als Tragling sozusagen weiterzuarbeiten als zu stillender Tragling weiterzuarbeiten mit der Kindersekretärin mit dem kostenlosen Betriebskindergarten und mit allem und so weiter ja und dann werden unsere klugen Frauen unsere Karrierefrauen endlich wieder ein paar wenige Kinder bekommen denn viele sollen sie ja auch nicht bekommen und wenn dann sozusagen alle in Arbeit sind und alle wieder ihr Geld im Wesentlichen selber verdienen dann interessiert sowieso Hartz IV und bedingungsloses Mini-Grundeinkommen auch nicht mehr dann kann man für die wenigen Leute die es noch gibt die sozusagen überwiegend Mini-Bedingungsloses Grundeinkommen oder Mini-Harts IV bekommen kann man das drastisch reduzieren und dann wird das nämlich so dass die alle die dann hier Kinder bekommen weil sie eben beruflich überhaupt nicht in der Lage sind sich nützlich in der Gesellschaft zu machen höchstens ehrenamtlich tätig sind aber keinerlei Einkommen erziehen kein eigenes die können sich dann Kinder nicht leisten klingt wieder grausam aber faktisch führt das dann dazu dass die sich also dann gegen das Neugeborene entscheiden beziehungsweise sozusagen wenn sie schon ein Kind haben das so intensiv zu stillen und so intensiv Körperkontakt mit dem Kind zu haben dass ein weiteres Kind nicht kommt und wenn sie dann doch schwanger werden dass sie sich dann jeweils gegen das Kind entscheiden nach dem Motto mein Bauch und mein Neugeborenes gehören mir also der Erweiterung des feministischen linksexperimentellen feministischen Urspruches sozusagen also Mottos ja und dann sterben überall auf der Welt wird das dann so sein wenn das überall auf der Welt gilt werden alle die sehr niedrig qualifiziert sind und höchst wahrscheinlich sehr kleine Gehirne haben und sehr wenig klug sind tendenziell null Kinder haben und hier wird es wenige Kinder geben sozusagen in diesem Bereich hier und dann werden wir alle wieder klüger Deutschland wird erfolgreicher und wird zum erfolgreichsten Land der Erde und so weiter wirtschaftlich überholt wieder China und so weiter und dann können wir uns auch können wir den Vorreiter beim Pazifismus spielen und 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 können das alles finanzieren und so weiter und können dann eben eine gute linke Politik machen eine bodenständige vernünftige realistische linke Politik machen die sehr nah an der Mitte ist aber letztendlich doch links ist menschenfreundlich und die niemanden mehr verwahrlosen lässt Ausgrenzung beendet jeder arbeitet und so weiter und dann wird auch das sozusagen das Hartz IV und mini beziehungsloses Grundeinkommen kaum noch ein Thema sein kann kann man ja trotzdem darüber entscheiden und ja und dann sozusagen werden diese Leute hier eben alle sozusagen werden gerade so viel zu essen haben dass sie sich selbst ernähren können aber für ein Kind keine Nahrung mehr übrig haben und sie werden sich dann gegen das Kind entscheiden und dann haben wir die gesamte die gesamte Schieflage in der Bevölkerungspolitik und die gesamte Schieflage der Überbevölkerung in der Welt endlich wieder im Griff und haben aus der Naturwissenschaft gelernt und der Natur gelernt wie man richtig das macht natürlich sollten wir in erster Linie setzen auf die Geburten die Empfängnisverhütung durch intensivsten Körperkontakt also die Mutter arbeitet mit dem Tragling am Körper sozusagen als Empfängnisverhütungsmethode ja das ist der beste Weg und der Notlösungsweg ist dann das sozusagen das Modell der der Drogenrausch Massage die sozusagen das Leidvolle ausgesetzt werden in der Natur ersetzt ja sozusagen und jetzt wie gesagt das ist wirklich linke Politik und und jeder der jetzt sagt na das ist doch aber nicht nicht links der ist in Wirklichkeit ein verkappter Rechter denn er 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 zum Beispiel sind da ist das dann oft so zum Beispiel ich mach mal ein Beispiel warum das verkappte Rechte sind das ist zum Beispiel kann sein eine NGO die also sozusagen hier an dem Elend in der Welt sich bereichert da werden Spenden gesammelt ja und dann die Geschäftsführer machen also haben einen gut bezahlten Job und greifen dann auch noch in die Spendenkasse und so weiter und können in die Spendenkasse greifen haben große Spesen ab Rechnungen und so weiter also werden solche NGO alle diese NGOs die sich mit den Armen in der Welt beschäftigen werden vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben das ist doch grausam hier sozusagen die Überbevölkerung abzubauen die Armen und Arbeitslosen der Welt abzubauen denn dann fällt uns ja unsere Kundschaft weg und deswegen sind wir dagegen und wollen weiter dass es zur weiteren Verelendung und Ausgrenzung dieser Menschen dass die bestehen bleibt und das ist rechte Politik das ist rechts ja nämlich die Ausgrenzung und der Verelendung überlassen nur damit man selber sich an den Spenden bereichern kann die dann sozusagen nach Afrika gehen oder so ja teilweise und und großenteils bei den NGOs hängen bleiben sozusagen ja also ich hoffe es ist deutlich geworden ja Vorsicht diese NGOs haben alle vorteilbringende Irrtümer im Kopf die sind nicht gut für uns die sind schädlich für uns die impfen uns mit vorteilbringenden Irrtümern mit Killerviren des Geistes und führen uns zu falschen politischen Entscheidungen sodass wir gar nicht mehr wissen was wirklich links und rechts ist und diese NGOs sind in ihrer Wirkung tatsächlich rechts auch wenn sie sich noch so links geben ja denn was würde die Seebrücke die fantasiert sich als links ist aber faktisch eine rechte NGO ja denn was so wie sich die Scientists for Future oder die Fridays for Future als links fantasieren faktisch aber eine rechte Gruppierung sind ja wie ist das welche vorteilbringenden Irrtümer hat die Seebrücke die sagt da ja alle Menschen Genies sind holen wir einfach alle Menschen aus Afrika ab und bringen sie in Deutschland weil wir ja Platz haben ja so und jetzt passiert Folgendes da wir nicht wissen ob sich bei den Menschen aus Afrika um die kluge hübsche afrikanische Ärztin handelt die wir gerne aufnehmen und die dann sozusagen Kinder bekommt mit einem Menschen ohne Migrationshintergrund das macht es einfacher ja ich formuliere es jetzt mal so die Kinder dann bekommt mit einem Menschen ohne Migrationshintergrund ist ihr Kind laut Genkäst von einem Menschen mit Migrationshintergrund gezeugt muss sie sofort mit dem Kind das Land verlassen das steht im Einwanderungsvertrag ja sozusagen und dann erlischt auch sofort ihre Staatsbürgerschaft das steht auch im Einwanderungsvertrag ja sie muss also ihre alte Staatsbürgerschaft behalten und dann geht sie halt so in ihr Heimatland zurück ja und sozusagen und da wir nicht wissen da wir überhaupt nicht wissen ob es sich um die kluge afrikanische Ärztin handelt die wir herzlich willkommen heißen oder ob es sich um arbeitsunfähige kriminelle die ja nicht genetisch kriminell sind selbstverständlich aber die eben nichts anderes gelernt haben als Verbrecher zu sein und so weiter wir wissen also nicht ob die ob solche Personen mehrheitlich zu uns kommen oder ob solche Personen mehrheitlich zu uns kommen nehmen wir mal an es wäre jetzt so dass mehrheitlich solche Leute die außer Verbrechen nichts gelernt haben zu uns kommen was was passiert dann und wenn die dann auch noch ganz viele Kinder in die Welt setzen weil vielleicht durch ein bedingungsloses Grundeinkommen sie riesige prämien ich habe was gehört von 2000 Euro monatliches bedingungsloses Grundeinkommen das würde für eine Mutter ja bedeuten wenn die Babys auch das bedingungslose Grundeinkommen kommen dass sie bis zu 50.000 Euro im Monat gekommen könnte nur fürs Kinder in die Welt setzen und die Kinder so weit verwahrlosen lassen bevor das Jugendamt die Kinder wegnehmen so weit kann man sie ja dann verwahrlosen lassen und das wäre das Riesengeschäft für alle Drogensüchtigen für alle Alkoholiker für alle Verbrecher und so weiter wäre das der richtige Lebensweg der Zukunft dann und dadurch verschiebt sich dann die Normalverteilung und wir werden durchschnittlich immer dümmer also unsere Gehirngröße in Deutschland schrumpft drastisch wir nähern uns ruckzuck dem Ein-Liter-Volumen-Gehirn sozusagen Deutschland verliert seine Wettbewerbsfähigkeit im weltweiten Wettbewerb und wir gehen alle wir werden ein bitterarmes bettelarmes Land in Deutschland ja und dann sind wir alle der Verelendung überlassen der Ausgrenzung und Verwahrlosung wir sind nämlich dann ein bettelarmes Land und zwar alle ja Massenarbeitslosigkeit bettelarme Länder alle Unternehmer haben das Land ja sowieso schon längst verlassen und sind schon also alle Leute die Arbeitsplätze schaffen können alle Investoren sind weg und so weiter und und der Durchschnitt der Bevölkerung wird in Deutschland wird ein immer kleineres Gehirnvolumen vorliegen und wir werden alle im Durchschnitt immer dümmer und sozusagen sagen wie Prof. Sinn sagt ja zu Thilo Jung dann wärst du auch weg dann wärst du auch längst weg aus Deutschland ja der sagt das im anderen Kontext aber ich übertrage das jetzt mal auf diesen Kontext ja und so eine Politik die zur Verwahrlosung der gesamten Gesellschaft führt und zur Verelendung der gesamten Gesellschaft solche Politik würde ich als rechts bezeichnen das ist keine gute linke Politik ja denn eine gute bodenständige linke Politik sorgt dafür dass die Gesellschaft nicht insgesamt verelendet ja und verarmt und bettelarm wird ja das ist der entscheidende Punkt ja ja mein Wort zum Sonntag wird schon wieder relativ lang also ich glaube ich habe alle Punkte genannt also der Preis der Lösungen der Lösungsmodelle der experimentellen Linken also mir wäre der zu hoch dann nehme ich doch lieber die bodenständige verantwortungsvolle vernünftige realistische evolutionsbiologische naturwissenschaftliche Linke also die nextscientistsforfuture.de Experten sozusagen und höre mir die auch gründlich an was die zu den Vorschlägen der experimentellen Linken zu sagen haben mein Bauch und mein Neugebüß können wir ja ich glaube diese Seite habe ich erledigt Staatsmanagement wie gründlich ja also damit haben wir diese zwei von Frau Rosen so angedeuteten Ideen der experimentellen Linken nämlich also hier der experimentellen Linken so aus diesem Bereich hier der Intelligenz Skala der Gesellschaft die sind schon ganz nett aber die sind halt am Ende doch suboptimal und gerne diskutieren wir darüber ja denn wir möchten ja nicht dass die Partei wir 2020 sozusagen uns zum Ideen Monopolisten erklärt wir wollen doch die Vielfalt wir wollen doch dass Bhakti und Wodak gehört werden und nicht nur und Schiffmann und nicht nur sozusagen Drostenwieler und Lauterbach wir wollen doch die Ausgewogenheit auch in der Partei wir 2020 auch wir als Next Scientist wir wollen ja nicht dass auch schon in der Partei wieder eine Ausgewogenheit beginnt und man sich nur auf die Next Scientist for Future als Experten kapriziert sondern auf den auf das Beleuchten beider Seiten ja aller Seiten was leider in Deutschland nicht ganz geht ich habe es ja erklärt dass wir leider diese Seite hier nicht zu Wort kommen lassen dürfen aber diese dürfen wir zu Wort kommen lassen und diese dürfen wir zu Wort kommen lassen und ich glaube die dürfen wir auch zwar hören die links die verfassungsfeindliche linke aber die brauchen wir nicht unbedingt die ist so weltfremd das hat keinen Sinn aber die dürften wir hören denn unsere in unserer Gesellschaft ist ja das Tabu ist ja erst ab hier ab der Werte Union hier ist das Tabu mit denen dürfen wir nicht reden und mit denen ab hier dürfen wir ja eigentlich alle reden und dann sollte auch die Partei vielleicht sogar mit allen reden warum nicht öffnen wir ruhig auch für die verfassungsfeindliche Linke und gucken wir was sie für Argumente haben freie Argumente Plattform da sind wir wieder bei Jürgen Wagner sein Hauptanliegen ist dass wir freie Argumente Plattformen haben wir die Next Scientists for Future haben vor Jahrzehnten die Plattform Demokratie pur entwickelt als freie Argumente Plattform ja das brauchen wir auch innerhalb der Partei die ersten zwei Auftritte waren ja mit dem Logo der freien Argumente Plattform gestartet worden ja also da müssen wir hin und ich würde mich freuen wenn die Partei wir 2020 für nächstes Wochenende also mal ein paar Vertreter aus diesem Bereich dazu holt und das erweitert also und trotzdem immer wieder fragt ja was sagt denn jetzt dazu die vernünftige bodenständige realistische evolutionsbiologische Linke dazu ne so ja das ist doch ein interessantes Thema dass das was manchmal meint links zu sein plötzlich als rechts erpumpt das ist dieses Thema dass ja sie können ja eigentlich eine Linksdiktatur also so eine Sowjetunion ist ja ganz schwer zu unterscheiden von einem Hitlerismus ne also rechte Diktaturen und linke Diktaturen das ist sehr nah verwandt die müsste man eigentlich hier so da schließt sich der Kreis quasi die sind eigentlich sehr ähnlich ja also eben ja weil eben vieles was sich für links hält in Wirklichkeit rechts ist ne deswegen sind die so ähnlich ne und da ist der Punkt ja also wie gesagt noch einmal der Punkt Gewerkschaften Tariflöhne Mindestlöhne sind eine rechte Geschichte dort geht es um Ausgrenzung der weniger Qualifizierten ja die werden ausgegrenzt und der Verwahrlosung überlassen und der Verwaltung der Sozialzünfte übergeben sozusagen wo sie dann verwahrlosen dürfen ne auf der Couch mit dem Bier in der Hand und der Zigarette in der anderen ne da dürfen sie dann verwahrlosen und verelenden im Elend und früh sterben die sterben dann auch ganz früh in Wirklichkeit ist das eine rechte Euthanasie Konzeption ja während wir als evolutionsbiologische Linke die Menschen 127 Jahre kerngesund und glücklich leben lassen wollen ist ist quasi Tariflohn Mindestlohn hohes bedingungsloses Grundeinkommen und hohes Hartz IV eigentlich ein Euthanasie Programm dass die sozusagen die Menschen die weniger leistungsfähigen die also unter der Tariflohngrenze in der Leistungsfähigkeit liegen und unter der Mindestlohngrenze einem frühen Sterben in der Verwahrlosung aussetzen und das ist für mich ein rechtes Konzept ja also wir müssen das mal ordnen dass das nicht alles was tut so tut als wäre es rechts es wäre es links ist auch links in Wirklichkeit ist vieles rechts ja ich hoffe das ist jetzt richtig deutlich geworden ja also dann Reichtum begrenzen ja auch das vergreift ja auch die Frau Losen äh ne Rosen Eva Rosen heißt sie glaube ich auch auf ja gute Verteilung der Gelder das bedeutet auch wieder Umverteilung also da reicht sich die Hand die Hand mit Sarah Wagenknecht und ich habe ja die Probleme schon genannt das würde ganz viel Schaden erzeugen in der Gesellschaft wie Hans-Werner Sinn sagt richtig sagt wir müssen noch also bevor die Schere also durch die Reformen der Next Scientist for Future geht die Schere zwischen Arm und Reich irgendwann völlig zusammen haben Sie Vertrauen wir wollen am Ende auch dass die Schere zusammen geht aber alles auf so einer Freiwilligkeitsbasis und auch durch eine positive Gesellschaftsevolution ja seien Sie sicher wir wollen auch dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwann sich wieder vollständig schließt denn vor 400.000 Jahren gab es diese Spaltung zwischen Arm und Reich und diese Schere gar nicht ja die existierte nicht und da wollen wir wieder hin weil wir ja aus der Naturwissenschaft lernen und aus der Natur lernen ja sozusagen und da wollen wir wieder hin aber jetzt so mal kurzfristig so eine Umverteilung machen ja dann sagt der Hans-Werner Sinn doch zu Recht wir müssen akzeptieren dass noch für eine gewisse Zeit sage ich jetzt für eine gewisse Übergangszeit sozusagen das Investitionskapital noch besser in der Hand der guten Investoren aufgehoben ist als in der Staatshand wo es dann fehlinvestiert ist und zum Arbeitsplatzverlust führt abgesehen davon dass das Geld gar nicht mehr zur Umverteilung zur Verfügung steht denn lange bevor diese Reformen gesetzt werden wird jeder Reiche und jeder Fähige das Land ja schon lange verlassen haben und übrig bleiben also Deutschland also es werden also quasi alle bevor ein solches Gesetz jemals in Kraft tritt werden alle hier alle die hier zu den Intelligentesten zu den Reichsten zum Klügsten gehören ja die werden fluchtartig das Land verlassen haben mit Sack und Pack und mit all ihrem Vermögen und da gibt es dann auch keine Zugriffsmöglichkeit auf das Vermögen mehr da gibt es gar nichts mehr ja denn im Moment kann jeder sein Kapital ins Ausland bringen und dann ist es weg für Deutschland ja und dann ist einfach Ende Gelände und wenn dann die auch noch die kriegen ja auch rückzug eine neue Staatsbürgerschaft ja und wenn die dann rückzug eine USA Staatsbürgerschaft haben zum Beispiel oder eine chinesische Staatsbürgerschaft dann guckt dann guckt der deutsche Staat grundsätzlich ins Leere und dann bleiben die ich sag es mal hart die Dummen bleiben übrig und das Land verelendet ne in der Massenarbeitslosigkeit und der Massenarmut ja dann haben wir die Massenarmut ja und deswegen also die experimentelle Linke hat viele hübsche Vorschläge aber wenn man sie prüft sind sie lebensgefährlich für uns alle ne brauchen Experten Motivation ja also wie gesagt die wie gesagt ich habe ja alles gesagt zu dieser Bürgerparlamente und Parteimitglieder Parlamente Lösung sie sind alle suboptimal aus Sicht der evolutionsbiologischen Linken so dann geht es weiter mit den Kurznachrichten das ist ja so dunkel schauen wir mal Schluck Wasser also noch mal zurück zu dem Vorteil bringenden Irrtümern also ich muss jetzt erst mal Moment das Tagesbild wieder reintun sonst erkennt das YouTube wieder nicht also YouTube da muss ein Bild viel gezeigt werden damit es dann zur Auswahl steht sonst verschwindet es man muss es dann als Thumbnail extra hochladen was in dem Fall ein bisschen schwierig wäre das müsste dann noch bearbeitet werden so also Vorteilbringende Irrtum der NGOs zum Beispiel ja dieser Gottesdienst ja also eine NGO wird immer uns den Vorteil bringenden Irrtum wird uns selber glauben und uns dann uns in den Kopf setzen nämlich hier also stellen sich eine NGO vor die in der Wahrheit ist also eine Non-Governmental Organisation also Naturschutzbünde und so weiter Natur und Armenhilfe und Hungerhilfe und wie sie alle heißen diese NGOs oder ähnliches Organisationen ja oder kirchliche Caritas oder so wie sie alle heißen stellen Sie sich vor so jemand würde in der Wahrheit leben naja der würde keine große Karriere machen und hier ist der Erste der sich urirrt sozusagen nach dem Naturgesetz von Mutations zwangsläufig sich irren muss irgendwann mal und der sagt dann so Dinge wie ja also wir müssen die Erde quasi Gott als gottgleiche Instanz sehen als Göttin verehren die Mutter Erde wir müssen die Natur um der Natur willen schützen da geht es dann nicht darum bessere Lebensqualität für die Menschen zu erzeugen sondern für die Natur und für die Tiere eine bessere Lebensqualität zu erzeugen Tierschutz um das Tierschutzes Willen und 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 also auch die ganzen Tierschutzverbände und so weiter und alle breiten sie Vorteilbringende also Irrtümer aus dann und die sich als Vorteilbringend erweisen denn dann wird unheimlich viel gespendet für diese Idee also sozusagen nicht für die Bürger zu handeln sondern für die Tiere für die Erde für die Natur für die Tiere die Pflanzen zu handeln und so weiter ja dann ist plötzlich der Baum wichtiger als der Bürger als das Glück des Bürgers und so weiter und so kommt es dann zu diesem Gottesdienst ja und dann wird die ganze Gesellschaft in diesen Gottesdienst einverwoben und glauben alle diese Vorteilbringenden Irrtümer diese Killer Viren des Geistes und und dann wird die Gesellschaft darauf ausgerichtet nicht mehr das Wohlbefinden und das Glück der Bürger zu maximieren und dafür eine ausreichend saubere und gesunde Umwelt zu erhalten sondern plötzlich wird es zum Gottesdienst zum Götzendienst es geht darum sozusagen dem Gott der Tier dem Tiergott und dem Naturgott und was auch Erdgott zu opfern sozusagen ja und das senkt dann wieder das Wohlfühlen der Bevölkerung und so weiter ja und deswegen ist es so wichtig dass es die Next Scientist for Future gibt die sagen ja Naturschutz Erdschutz Umweltschutz aber genau so viel und so dosiert dass es ein Maximum an Wohlfühlen unserer Bürger ermöglicht bei gleichzeitiger maximaler Gesundheit bei gleichzeitiger maximaler Langlebigkeit und bei gleichzeitiger maximalem Wirtschaftswunder ja und das gehört noch bei den NGOs gehört noch dazu der Vorteilbringende Irrtum ja also sozusagen hier ja alle Menschen sind wichtig nur nicht die Deutschen nur nicht die Europäer alle anderen alle anderen Menschen sind Götter die sind wichtig um die müssen wir uns sorgen ach den Deutschen geht es doch schon viel zu gut nein wir müssen jetzt also alle Gelder aus Deutschland abziehen und dem Rest der Welt helfen denen müssen wir helfen das sind die wahren Menschen um die wir uns Gedanken machen müssen und dieser Vorteilbringende Irrtum dieser NGOs führt zu enormen Karrieren zu einem hohen Spendenvolumen weil weil ja die die Opfer sozusagen die Bürger ja auch durchseucht werden von diesen Vorteilbringenden Irrtümern und dann kräftig spenden und dann machen diese Leute große Karrieren in ihren NGOs und die die Bevölkerung ist geschädigt ja und das ist das Wesen der NGOs ne ja und all dieser Verbände ne dieser karitativen Verbände ne und scheinkaritativen Verbände ja scheinkaritativen ja da geht es immer um den egoistischen Eigennutz auf Kosten der Gesellschaft ja ja und dann äh also quasi ich wiederhole nochmal ich lese mal vor die Natur ist heilig und muss um ihrer selber Willen geschützt werden es gibt ja tatsächlich einen Verein der will also der Natur ein eigene eigene Rechte geben also Natur also der Natur selber als Instanz eigene Rechte geben warum gibt er das nicht dem Nachbarn der neben ihm um die Ecke wendt richtige Menschenrechte ja wir von den Next Scientist for Future wollen dem Nachbarn richtige Menschenrechte realisieren zum Beispiel das Recht auf Wohnungen gekoppelt mit der Pflicht zur Wohnung damit wir die Leute nicht in der Obdachlosigkeit verwahrlosen lassen und einem frühen Tod überlassen wie das die rechte Politik macht ja also die Leute euthanasieren ja denn die alle die man in der Obdachlosigkeit verwahrlosen lassen das ist eine Form der Euthanasie denn die sterben alle sehr früh habe ich selbst hier miterlebt auch wenn es in dem Falle sich um einen schwer kriminellen Obdachlosen handelt ja wo ich nicht gerade nur unglücklich war dass der gestorben ist und sich totgesoffen hat aber das ist eine Form der Euthanasie dieses verwahrlosen lassen in der Obdachlosigkeit das ist einem linken sozialen Staat nicht würdig Punkt also die Natur muss um ihrer Selbstwillen geschützt werden also spendet ja lasst mich vorgesetzter von neuen Bediensteten der NGO werden und lasst mir ein gutes Gehalt zukommen das ist das Wesen dieser vorteilbringenden Irrtümer das ist die Wahrheit hinter diesen ganzen karitativen Organisationen oder Clubs oder was auch immer die es sind ja und Vs was ist das Artenschutz genauso viel wir sollten genauso viel wir sollten genauso viel Artenschutz praktizieren wie wir für das ermöglichen glücklicherer Menschen gesünderer Menschen brauchen mehr nicht ja einen Irrtum kann ein Irrtum kann auch mal irgendwie so da sein aber oft hilft uns die Frage wer profitiert von diesem Irrtum ist es also ein vorteilbringender Irrtum Fragezeichen profitieren die NGOs diese ganzen Sozialclubs diese ganzen Sozialorganisationen karitativen Organisationen die Sozialberufler die Arbeitsamtmitarbeiter die Migrationsbetreuer die Asylbetreuer und Asylantenbetreuer und so weiter profitieren die nicht auch dadurch ist es nicht in Wirklichkeit ein vorteilbringender Irrtum und ist er deswegen so verbreitet und so hat die ganze Gesellschaft durchseucht weil es sich um einen vorteilbringenden Killer-Virus Irrtum handelt sozusagen ja im Prinzip die brauchen diese alle diese ganzen karitativen Verbände die ganzen NGOs und so weiter brauchen alle Kundschaft und die beschaffen sie sich mit ihren vorteilbringenden Irrtümern an die sie selbst glauben an deren Wahrheitsgehalt also die die Leute von der Seebrücke also diese berühmte wie heißt sie da Franker oder wie ich weiß es nicht also auf jeden Fall glauben die ihre Irrtümer ja die glauben dass jeder der aus Afrika kommt grundsätzlich ein Genie ist und Gold für uns wert ist und wir haben doch Platz das glauben die wirklich aber komischerweise nehmen diese Leute nie warum nehmen die nicht mal drei Afrikaner bei sich zu Hause auf ja also warum eigentlich nicht ne komisch ne irgendwie komisch ne erst Arbeitslosigkeit abschaffen das ist ja unser Motto erst Arbeitslosigkeit abschaffen und dann Hartz IV runterfahren in Richtung Mini Hartz IV oder ein mini bedingungsloses Grundeinkommen einführen ne denn dieses die Leute durch Verwöhnung das ist auch klar manche meinen also hier viele meinen Verwöhnung der Armen sei gute linke Politik nein das ist Verführung zum in der Verwahrlosung es aushalten ja denn es fällt ja jemandem der verwöhnt wird ja fällt es ja sozusagen schwer fällt es ja letztendlich schwer zu sagen ich gehe in die Arbeit und verzichte auf Hartz IV denn es war ja total mühsam dieses Hartz IV überhaupt zu bekommen ja 50 Seiten Antragsformular mit allen möglichen Behördengängen und so weiter ja also die die Leute haben ja wochenlang monatelang nur fürs Arbeitsamt gearbeitet um die Papiere beizuschaffen ja und auszufüllen ja also und dann sollen die Leute das Hartz IV aufgeben ja und wenn sie dann zugeschüttet werden mit Verwöhnung also einem ganz hohen Hartz IV ja und einem überhöhten Hartz IV was überhaupt nicht nötig ist weil wir ja nachgewiesen haben dass man für gesunde Ernährung man kann sich gesund ernähren mit 30 Euro im Monat mit einem Euro am Tag ja man kann davon halt keine Drogen kaufen aber das ist vielleicht ganz gut sozusagen für die Hartz IV Empfänger wenn sie keine Drogen mehr kaufen können ja und ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2000 oder 1500 Euro das ist Verwöhnung und Verwöhnung ist nicht links sondern ist asozial ist rechte Politik das bedeutet dass man diese ganzen Leute in der Hartz IV Situation festhält und sie dort verwahrlosend und euthanasieren lässt nämlich früh sterben lässt ja denn die sterben typischerweise ganz früh typischerweise übrigens oft an Übergewicht an Übergewicht Alkoholismus Zigarettenkonsum Krebs daraus resultieren und so weiter also das ist rechte Politik das ist keine linke Politik das ist asoziale nicht linke Politik oder falsch verstandene linke Politik ist es dann mindestens ja aber bei der besonderen deutschen schuld ja das ist nochmal der Schlusssatz jetzt hier aber bei der besonderen deutschen schuld darf man mit rechten nicht sprechen und muss gucken dass übers ausland man vielleicht neue ideen von denen erfährt aber in deutschland bei der besonderen historischen schuld dürfen wir mit denen nicht sprechen zum Beispiel mach nur ein Beispiel Ballweg ich glaube Michael Ballweg heißt er von Querdenken denken sie mal darüber nach wie er in den großen Medien hingerichtet wurde regelrecht weil er einmal mit dem Volkslehrer einem Rechten gesprochen hat also der irgendwo in den Bereich gehört wo ich sage mit denen dürfen wir nicht mehr sprechen einmal hat er mit dem geredet und hat den irgendwie da in die Nähe der Bühne kommen lassen und sowas ja und schon wurde die Bewegung Querdenken als rechte Bewegung hingerichtet so läuft das hier in Deutschland und das werden wir nicht ändern können das werden wir ums Verrecken nicht ändern können es gibt nur einen Weg wir müssen uns daran halten an dieser Vorgabe unserer historischen Schuld und müssen ganz klar sagen hier also hier ist Schluss wir reden mit den Leuten die in der CDU leicht rechts von der Mitte sind da reden wir noch aber ab Werte Union und Volkslehrer und wie sie alle heißen mit denen darf die Partei nicht reden sonst wird sie hingerichtet wie Michael Ballweg hingerichtet wurde und als Rechter verteufelt wurde und die ganze Bewegung wurde ja dann mit aller Gewellwald als Rechtsradikal und als Nazi Bewegung abgetan und damit aber auch entkräftet und als unwählbar hingestellt sozusagen und das darf der Partei wir 2020 nicht passieren und wie gesagt Hans Werner Sinn hat gesagt wir müssen eine Zeit lang noch ich sag es mal so ungefähr wie er sagt akzeptieren dass das Investitionskapital die Milliardärskönige noch eine Zeit lang in ihrer Hand halten und dann damit uns Arbeitsplätze schaffen weil es zu gefährlich wäre jetzt schon direkt als erstes über dieses Zusammengehen der Schere zwischen Arm und Reich zu sprechen denn dann sind die schneller weg als wir gucken können und dann bleibt ein verelenderes armes Deutschland zurück und das wäre dann keine linke Politik sondern das wäre eine rechte Politik nämlich all die 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 Arbeitsplätze schaffen sozusagen vertrieben zu haben und das gesamte Investitionskapital Deutschlands wäre dann außerhalb von Deutschland und wir hätten keinen Zugriff mehr darauf es sei denn wir bauen eine Mauer aber dann muss die ja gebaut werden bevor alle Reichen weg sind und alle kompetenten und ob das klappen wird da habe ich so meine Bedenken das hat ja auch bei der DDR kaum geklappt da waren ja auch schon die Fähigsten und Reichsten waren ja auch dann schon weg was ja mit beigetragen dazu hat dass der Niedergang der DDR noch schneller war als er hätte sein müssen weil man konnte die Mauer nicht so schnell bauen und konnte die Mauer nicht so schnell zumachen dass also alle Reichen gefangen waren und was ist das für ein Staat wollen wir wirklich als Linke dass die Menschen gefangen werden dass wir die Reichen gefangen nehmen damit ihr Kapital nicht weggehen kann und wer investiert besser als die Reichen der Staat ein Beamter investiert der besser siehe Berliner Flughafen ein Staatsbeamter investiert der besser Flughafen Ruine Berlin sozusagen also Flughafenskandal Berlin investieren die besser ja also unser neues schönes hässliches Schaubild hat aber eine hohe Funktionalität ja koppelt also die Gehirnunterschiede die Intelligenzunterschiede koppelt sie mit dem politischen Spektrum und jetzt schauen wir nochmal hier was es noch zum Schluss zu sagen gibt also gilt gibt nur noch eine Regel wählt und unterstützt und zwar alle Prominenten des Internets das sind die prominenten Sender und die prominenten Persönlichkeiten des Internets unterstützt und wählt alle wir 2020 mit Bodo Schiffmann als Spitzenkandidat oder es muss dann wenn Bodo Schiffmann nicht zur Verfügung stehen sollte muss es dann entweder Wodag oder Bagdi oder irgendjemand sonst sein Wodag würde der Sache gut anstehen als linker SPDler würde der Partei sehr gut zu Gesicht stehen ja mit dem habe ich ja auch schon gesprochen vom Corona-Ausschuss und so weiter wir sind ja sehr nah beieinander mit seinem eher mit seinem Budgetierungsmodell wir mit unseren Budgetierungsmodellen das gibt sich nicht viel und so weiter und ja und dann plus neue Reformen ich habe jetzt geöffnet also nicht mehr ich schreibe jetzt nicht mehr hier Next Scientist for Future Reformen sondern wir öffnen ja uns für die gesamte Linke sozusagen alle linken Reformideen sozusagen alle die sollten diskutiert werden denn das ist zulässig in Deutschland dass man die linken Vorschläge diskutiert und wie ich vorhin eben gesagt habe hier auch die die paar wenigen hier von der CDU und FDP mit denen dürfen wir auch noch diskutieren die dürfen wir auch zu Diskussionen einladen ohne dass wir gebrannt wagt werden als rechts sozusagen oder als Nazis beleidigt werden und diffamiert werden ja und und eben das ist eben deswegen unsere Haltung zu AfD Markus Krall Thilo Sarrazin und Ulrich Kutscherer muss eindeutig sein kein Wort mit denen sprechen wenn die mal eine gute Idee hätten müssen wir die übers Ausland erfahren denn im Ausland kann ja da ist ist ja Redefreiheit in Deutschland gibt es nun mal keine Redefreiheit und keine vollständige Argumentefreiheit weil eben Deutschland ist gebranntes Kind in Deutschland will man verhindern dass es jemals wieder zu einem Rechtsruck kommt und deswegen heißt das Gebot der Journalisten sprich grundsätzlich nicht mit Rechten mit GWÖ mit der Gemeinwohlökonomie dürfen wir reden weil sie gehört zur experimentellen Linken und mit denen reden wir sehr gerne und haben wir ja auch schon getan in einer Talkshow mit denen reden wir sehr 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 gerne wir haben ja auch mit Gradino geredet einem linksexperimentellen Schwundgeldsystem also die experimentelle Linke freuen wir uns wenn die dabei sind und wenn wir dann mit der Redezeituhr drei Minuten deren Argumente sich äußern und dann drei Minuten die Next Scientist for Future Argumente und dann das probieren hoffentlich in der Partei viel Intelligenz vorhanden ist und das dann zu guten politischen also zu einem guten endgültigen Reformenprogramm von 20 Reformen am Ende kommen und dann haben wir dann am Ende die Partei wir 2020 mit mit 20 Reformen dann 20 Millionen Klicks im Internet wegen der weil sich die gesamte Internet Prominenz beteiligt und dann haben wir 20% bei der Bundestagswahl und irgendwann haben wir die 56% die die Next Scientist for Future Reformen haben vielleicht haben wir dann 40% irgendwann oder 50% und wenn die Reformen der Next Scientist for Future mehrheitlich übernommen werden können wir sogar auf 56% kommen ja tschüssi ich denke das war es schon wieder für diese Talkshow tschüssi bis bald übrigens noch mal hier kurz zum zeigen das ist ja unsere Talkshows Demokratie pur freie Argumente Plattformen oder Plattformen ja also das ist also das Motto des Ganzen ja also tschüssi bis bald äh tschüssi tschüssi tschüssi